Hallo, liebe Borussia Mönchengladbach-Fans! Bevor ich die Worte unseres Sportdirektors Roland Wirkus nach diesem beeindruckenden 3-1-Sieg gegen Bochum teile, bitte ich euch, das Video mit einem Daumen hoch zu versehen, um unseren Borussia-Nachrichten-Kanal zu unterstützen. Los geht's! Wirkus war offensichtlich zufrieden mit der Leistung des Teams. Er beschrieb die erste Halbzeit als ausgezeichnet und den Sieg als verdient. Der Sportdirektor betonte, dass sie die bessere Mannschaft in Bezug auf Fußball waren und lobte die Mentalität des Teams, um den ständigen Kampf gegen Bochum anzunehmen. Er erkannte auch die Stärke der Abwehr an, die die meisten Angriffe des Gegners abwehren konnte, und lobte die Vielseitigkeit unseres Angriffs, mit Jordan, der den Ball gut festhielt, und Alassane Pli und Florian Neuhaus, die hervorragend im Raum agierten. Jetzt, Fans, möchte ich eure Meinung hören. Wie fandet ihr die Leistung des Teams in diesem Spiel? Teilt eure Kommentare und lasst uns diesen Sieg gemeinsam feiern! wie